Jetzt haben wir die Agota da und erzähl mal bitte, was machst denn du für einen Kurs? Ich mache zwei Kurse am Samstag, einen Englisch-Kurs und einen Ungarisch-Kurs. Ah, Ungarisch, Ungarisch und Englisch. Und wann geht das Ganze dann los? Erzähl mal. Also mein Ungarisch-Kurs ist von 10.30 Uhr bis 10.50 Uhr und mein Englisch-Kurs von 11.00 bis 11.20 Uhr. Also, Ungarisch und Englisch mit Agota, da schauen wir auf alle Fälle rein. Ich sage Dankeschön und wir sehen uns dann. Servus. Der Tag der offenen Online-Tür bei der VHS.